Was sind eigentlich Resonanzverhältnisse und was ist Entfremdung? Kann man das spüren? Ist das eine philosophische, eine soziologische Kategorie und wie ist das eigentlich mit dem Kapitalismus und wieso beschäftigt sich ein Soziologe so intensiv mit diesem System, mit diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem? Das sollten doch eigentlich die Ökonomen machen, aber nein, es macht Hartmut Rosa, der Direktor des Max-Weber-Kollegs und natürlich ist auch noch an der Uni Jena und macht vieles mehr, schreibt ein Buch und jetzt ist er in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Rosa. Hallo, ich grüße Sie. Sollten Sie das mit der Ökonomie nicht den Ökonomen überlassen? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass es ein Fehler war, dass wir zu lange, zu sehr den Ökonomen überlassen haben, weil natürlich die Ökonomie Auswirkungen auf Gesellschaft insgesamt hat und auch eingebettet ist in ein gesellschaftliches System. Ich würde sogar sagen, eigentlich sollte die Wirtschaft ja den Menschen der Gesellschaft dienen, weil sie eine bestimmte Funktion darin erfüllt und deshalb darf man es auf gar keinen Fall den Ökonomen allein überlassen. Ich habe mich letztens mit einem Ökonom unterhalten und gesagt, das ist gar keine Wirtschaft, also keine Wissenschaft mehr, sonst ist schon mehr Glaube und ist schon mehr Ideologie und das ist genau das Problem? Sie meint, die Ökonomie ist zum Glauben? Ja, die haben natürlich eine ganz starke Neigung, da auch mit abstrakten Modellen zu operieren und aus diesen Modellen Annahmen über die Wirklichkeit abzuleiten, die, wie man ja gerade auch in den Finanz- und Wirtschaftskrisen der Gegenwart zieht, dann eben oft zu falschen Schlussfolgerungen führen. Also das ist, glaube ich, in der Tat so und wenn man sich die prognostischen Fähigkeiten der Ökonomen anguckt, dann ist es damit ja auch nicht viel weiter bestellt als bei den Soziologen. In unserem letzten Gespräch haben Sie analysiert, dass der Kapitalismus ein Steigerungsmechanismus mit apokalyptischem Ausgang ist. Sind Sie immer noch so hart an Ihrem Urteil? Ich weiß nicht genau, also ich würde nicht sagen wollen, ich glaube, das wollte ich aber auch nicht sagen, dass es notwendig einen apokalyptischen Ausgang nehmen wird. Was ich sagen wollte und auch weiterhin sagen würde, ist, dass wenn es keine Korrekturmechanismen gibt, wenn wir keine finden, wenn wir nicht tatsächlich unser operierendes Wirtschaftssystem oder das kapitalistische System massiv umbauen, dann wird es zu einem apokalyptischen Ende nehmen, das würde ich schon sagen, weil diese Form des Wirtschaftens notwendig auf Steigerung, auf immer weitere Dynamisierung hin angelegt ist und dieser Zwang zur Vermehrung, zur Steigerung hat überhaupt kein Ende, der ist in sich unabschließbar, sodass die Apokalypse eigentlich eine notwendige Folge ist und nicht irgendwie eine metaphysische Annahme oder sowas. Ich habe ja das Fragezeichen weggelassen, bösartigerweise. Natürlich geht es bei Ihnen um Beschleunigung und Entfremdung und Sie beschreiben die Beschleunigung als Metaphänomen. Das heißt, die Beschleunigung ist eine neue abstrakte Form des Totalitarismus, also das, was uns so fertig macht und alle Lebensbereiche durchdrungen ist. Also das ist total und nicht nur ein Wirtschaftsphänomen? Ja, das ist tatsächlich meine Annahme. Also natürlich nicht ein Totalitarismus im Sinne eines politischen Totalitarismus, wie man es ja gerade im 20. Jahrhundert leider erfahren hat oder jetzt auch aktuell in manchen Weltgegenden wieder sehen kann. Also es geht nicht darum, dass bestimmte politische oder ökonomische oder andere Eliten ihre Interessen durchsetzen, sondern dass wir eine bestimmte Systemlogik etabliert haben, dass sie sich etabliert hat historisch, die tatsächlich alle Lebensbereiche erfasst, diese Beschleunigungslogik, dieser Steigerungszwang, den wir auch als Optimierungszwang erfahren, der geht einerseits durch alle Lebenssphären hindurch, also eben nicht nur durch die Wirtschaft, sondern auch durch das Bildungssystem, durch das Gesundheitssystem, durch unser Freizeitleben, sogar durch unser Liebesleben. Und er ergreift alle sozialen Schichten, zwar nicht alle sozialen Schichten gleichermaßen, weil man die Steigerungszwänge der Modernen auf verschiedene Weisen erfahren kann. Also Eliten erfahren das oft als eine habituelle Angewohnheit, die können gar nicht mehr anders. Und in anderen Elementen oder Sequenzen der sozialen Schichtung erfährt man es eher als äußeren Zwang oder auch als Ausschließung, als zwangsförmige Ausschließung von Beschleunigungs- und Steigerungszwängen. Aber die Wirkung ist überall spürbar. Sie sagen Verwertungslogik und Zeitdruck durchdringen alle Lebensbereiche, das Ergebnis ist Entfremdung. Was ist denn mit dieser Entfremdung gemeint? Also können Sie das näher fassen, was Entfremdung bedeutet? Ja, also Entfremdung ist eigentlich ein alter Begriff, insbesondere der kritischen Theorie, der in den 60er und 70er Jahren noch große Konjunktur feierte und dann ein bisschen aus der Mode geriet, was irgendwie daran lag, dass man ihn nie genau fassen konnte und dass man vor allen Dingen nicht wusste, was eigentlich das Gegenteil von Entfremdung sein könnte. Ich meine mit Entfremdung einen Zustand, in dem wir in gewisser Weise aus freien Stücken etwas tun, und was wir nicht wirklich tun wollen, sodass wir uns in dem, was wir tun und wo wir uns befinden, nicht wirklich zu Hause fühlen. Es gibt selbst bei Ernst Bloch die Idee, dass man Entfremdung möglicherweise über den Heimatbegriff auch erhellen kann, aber Heimat nicht gemeint als Blut- und Bodenheimat oder überhaupt nicht als territoriale Heimat, sondern als ein Weltausschnitt, ein Weltbereich, in dem wir uns zu Hause fühlen, in dem Sinn, dass wir ihn uns anverwandelt haben, dass er zu uns spricht, dass er uns etwas bedeutet. Man kann auch sagen, dass wir uns lebendig fühlen. Entfremdet sind wir dort, wo wir uns nicht mehr lebendig fühlen, sondern innerlich tot, abgestorben, kalt, leer. Und es gibt genügend Berichte darüber, dass Menschen ihr Leben so erfahren können, dass sie sowohl von sich selbst sagen, in mir ist irgendwie alles tot, ich spüre mich nicht mehr, aber auch die Welt als solche wahrnehmen. Die Welt ist kalt, leer, bleich, bedeutungslos. Im Radikalzustand führtest du sowas wie ein Burnout oder eine Depression, in der nichts, kein Weltausschnitt, kein Moment von Welt mehr die Menschen berühren kann, nicht mehr zu ihnen spricht, sie nicht mehr ergreift, sie nicht mehr bewegt. Und ich glaube, wenn man in diesen Dimensionen denkt, kann man den Entfremdungsbegriff relativ scharf fassen, als eine Form von Weltbeziehung, die taub oder stumm ist, die keinerlei Antwortqualität mehr aufweist. Da schauert es mir, da kriege ich Gänsehaut, da wird es mir komisch, weil man natürlich nachvollziehen kann, was das ist. Ist das jetzt eine philosophische Kategorie, eine Einschätzung, eine soziologische? Was ist das, was Sie da beschreiben für ein Phänomen? Also das ist ein Phänomen, was sich im Grenzbereich bewegt, was mich jetzt aber nicht unbedingt abschreckt, weil ich meine, das war bei Beschleunigung im Prinzip auch schon so. Also auch Beschleunigung ist eine Kategorie oder ein phänomenaler Zusammenhang, der über alle möglichen disziplinären Grenzen hinweg geht. Und so ist es bei der Entfremdung auch. Natürlich gibt es eine Philosophie der Entfremdung, zum Beispiel auch bei Camus, dessen Konzept des Absurden ist im Prinzip, beschreibt er die gleiche Erfahrung, die schweigende Welt, die auf unser Anrufen nicht zu antworten vermag. Es ist aber natürlich auch ein psychologisches Konzept, wenn man in die Burnout- oder Depressionsforschung geht. Und ich möchte dieses Konzept aber soziologisch wenden, weil ich glaube, wir müssen uns die sozialen Verhältnisse anschauen, die diese Form von Weltbeziehung uns nahelegt und auch in den Praktiken und Institutionen institutionalisiert. Also es geht mir um die Frage, wie soziale Zusammenhänge, Institutionen, Praktiken oder Gesellschaften die Beziehung der Subjekte zur Welt formen und gestalten. Und meine These ist eben, dass wir aufgrund der diskutierten Steigerungs- und Logiken und Beschleunigungszwänge zunehmend in stumme Weltverhältnisse gebracht werden, dass wir in stummen Weltverhältnissen operieren, also in solche, die genau diese Resonanzqualitäten im Sinne einer Antwortbeziehung unterlaufen. Sie sprechen dann in dem Zusammenhang von Resonanzverhältnissen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und abgehoben, aber was meint das für Sie? Also die große Frage in den Entfremdungstheorien war immer, was ist ein nicht entfremdetes Leben oder was sind nicht entfremdete Verhältnisse? Und wenn man sich die Geschichte der, sagen wir mal, der sozialkritischen Philosophie anschaut oder der Sozialwissenschaften anschaut, dann wurde oft gesagt, naja, ein selbstbestimmtes Leben wäre nicht entfremdet oder ein authentisches Leben. Aber wenn man zum Beispiel Selbstbestimmung nimmt, dann stellt man fest, naja, eigentlich fühle ich mich häufig lebendig in Kontexten, die ich gerade nicht selbstbestimmt habe. Wenn man sich zum Beispiel frisch verliebt, kann man wirklich nicht sagen, dass in einem und außerhalb von einem alles stumm und tot wäre. Und trotzdem ist dieses Verlieben im seltensten Fall eine selbstbestimmte Handlung. Man kann ja nicht bestimmen, ich gehe jetzt auf die Straße und verliebe mich in Frau X oder Herr Y. Sprich, häufig ist es so, dass wir gerade, wenn wir überwältigt werden, wenn wir gar nicht mehr anders können, als uns einer Sache hinzugeben, das kann ein Mensch sein, kann aber auch eine Idee sein oder eine Musik zum Beispiel, gerade dort fühlen wir uns nicht entfremdet. Deshalb glaube ich, der Gegenbegriff zur Entfremdung ist eben nicht Selbstbestimmung und auch nicht die Eigentlichkeit, sondern die Resonanz, die Antwortbeziehung. Das heißt, wenn wir so mit der Welt oder einem Ausschnitt von Welt in Beziehung treten, dieser Ausschnitt von Welt können andere Menschen sein, kann aber zum Beispiel auch Natur oder Kunst oder Religion sein, wenn wir mit einem Weltausschnitt so in Beziehung treten, dass es sich eine Antwortbeziehung einstellt, wo wir merken, ich werde berührt, erreicht, bewegt durch das, was da in der Welt ist, aber auch umgekehrt. Ich habe die Möglichkeit, dieser Welt entgegenzugehen, das heißt, selbstwirksam zu werden in der Welt. Das nenne ich eine Resonanzbeziehung. Und ich glaube, man kann eine Soziologie betreiben, die darauf abzielt, die Resonanzverhältnisse, die Resonanzqualitäten unseres Lebens zu untersuchen. Ist das jetzt eine Antwort auf die drängenden Probleme der Zeit, auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse? Muss man das nicht nochmal übersetzen oder runterbrechen oder irgendwie erklären, was Resonanzverhältnisse sind? Das ist noch so eine für mich schwer greifbare Kategorie. Also ich hoffe, ich glaube tatsächlich, dass in dieser Richtung eine Antwort liegen könnte, zumindest ein Teil der Antwort, der kulturelle Teil der Antwort. Weil diese Beschleunigungsanalyse oder Diagnose, die überzeugt in der Regel Menschen ziemlich schnell, weil es ihre Alltagswirklichkeit betrifft, nicht nur ihre persönliche Lebenswirklichkeit, sondern eben auch das, was sie in den Betrieben oder in den Schulen oder in den Krankenhäusern erleben, permanente Steigerungs- und Beschleunigungszwänge. Und daraus hat man oft abgeleitet, dass der Rosa ein Entschleunigungstheoretiker oder gar ein Entschleunigungsguru sei, der sagt, lass uns mal langsam machen. Und das fand ich immer völlig falsch aus zwei Gründen. Das eine ist, wir können nicht alles so lassen, wie es ist und nur langsamer machen. Das wäre eine große Illusion, weil die gesamte gesellschaftliche Struktur und die Funktionsweise dieser Gesellschaft auf Beschleunigung zielt. Aber das andere ist, dass ich Entschleunigung oder Langsamkeit nicht für einen Selbstzweck halte. Also langsame Achterbahnen, langsame Internetverbindungen, langsamer Notarzt sind nichts erstrebenswertes. Deshalb war meine Frage oder ist meine Frage, okay, lass uns noch mal genau hinschauen. Was ist das Problem bei der Beschleunigung und was könnte die Lösung sein? Und dann würde ich sagen, Beschleunigung wird dort zu einem Problem, wo sie zu Entfremdung führt, entfremdete Weltverhältnisse erzeugt, die uns eben nichts mehr sagen, die zu einer Art von Taubwerden, zu einem innerlichen und sozialen Taubwerden fühlen. Das ist ein Problem. Und ich glaube, das können Menschen ziemlich schnell verstehen. Und die Frage ist dann, was ist das Gegenteil? Und solche Resonanzerfahrungen machen wir alle im Alltag. Genau genommen ist es so, meine Kritik der Resonanzverhältnisse lautet, dass wir uns kleine Resonanz-Oasen suchen. Menschen gehen in ein Konzert oder ins Kino oder wenn sie religiös sind, von mir aus in den Gottesdienst oder sie gehen in den Wald oder an die Berge, um da sich in Resonanz zur Natur, zur Welt zu befinden. Aber in ihrem Alltagsleben handeln sie optimierend, instrumentalisierend, funktionalisierend. Und meine These lautet, dass der Weg zu einer Lösung, auch zu einem Ausstieg aus den Hamsterrädern, über eine Schärfung des Bewusstseins für Resonanzverhältnisse verläuft. Ist da nicht auch die Gefahr, dass wir uns unsere kleinen esoterischen Inseln schaffen und dadurch wieder optimiert werden und dann doch besser funktionieren, weil wir dann im Gleichgewicht sind und dann wieder ins Hamsterrad voll fit und frisch einsteigen? In gewisser Weise, das ist mein Albtraum, dass dann demnächst Resonanz-Handbücher erscheinen. Machen Sie Ihr Liebesleben resonanter und Ihr Arbeitsleben und dann wird Resonanz als eine Optimierungsstrategie eingesetzt. Ich glaube aber, dass das Gott sei Dank nicht funktionieren wird aus mindestens zwei Gründen. Das eine ist, dass sich Resonanz nicht steigern lässt. Man kann solche Erfahrungen nicht einfach akkumulieren und anhäufen wie zum Beispiel Geld oder Bildungskapital und insbesondere auch deshalb, weil da immer ein Moment des Unverfügbaren ins Spiel kommt. Man kann nicht rausgehen und sagen, wie wir es vorhin schon diskutiert haben, ich kann nicht rausgehen und sagen, jetzt verliebe ich mich. Da ist immer dieses Moment des Unverfügbaren dabei. Aber das andere und das vermutlich Wichtigere ist, dass ich genau gegen diese esoterischen Inseln zu argumentieren versuche. Das ist doch genau das, was wir gesellschaftsweit im Moment tun. Also abends zehn Minuten meditieren oder am Wochenende ins Schweigekloster fahren oder so etwas, um da in eine Art von Resonanzbeziehung zur Welt und zum eigenen Körper zu treten, um aber daneben und danach komplett instrumentelle Weltbeziehungen zu etablieren. Da liegt genau die Gefahr. Ich glaube auch, dass wir dabei gar keine Resonanz erfahren, sondern nur ein Echo. Also diese esoterischen Resonanzinseln sind nicht wirklich auf ein Antwortverhältnis ausgerichtet, weil Antworten bedeutet immer auch Widersprechen. Und da ist immer ein Moment des Unverfügbaren, des Irritierenden und des Widerständigen zu spüren. Und was wir tun mit, oder es gibt, glaube ich, jedenfalls eine Neigung, reine Wohlfühlinseln zu etablieren, die genau nicht die Verwirklichung von Resonanzverhältnissen sind. Das heißt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und auch keine richtige Resonanz in einem Missklang, was auch immer. Da könnte man jetzt ewig weiter diskutieren und ich halte Sie derzeit ja gerade vom Schreiben ab. Ich nehme an, dass Sie genau darüber Ihr neues Buch schreiben. Ja, das ist also die Kritik der Resonanzverhältnisse sozusagen oder ist der Inhalt dessen, was ich da zu schreiben versuche. Und ich habe mich dem Verlag gegenüber verpflichtet, das Ding bis Ende April abzuliefern. Detailbar muss ich mich da tatsächlich jetzt ranhalten. Herr Rosa, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, ein gutes Händchen fürs Schreiben und ich hoffe, wir hören uns dann wieder, wenn Ihr Buch fertig ist. Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.